Thomas Gottschalk, einer der größten Entertainer Deutschlands, hat über viele Jahre hinweg das deutsche Fernsehen geprägt. Insbesondere als charismatischer Moderator der legendären Show Wetten, das wurde er zu einer festen Größe und war für viele Familien samstagsabends genauso selbstverständlich wie die Vorfreude auf Weihnachtsgeschenke. Vor zwei Jahren jedoch überraschte er nicht nur seine Fans, sondern auch die gesamte Fernsehlandschaft mit der unerwarteten Nachricht von seiner Trennung von seiner langjährigen Ehefrau Thea, 73. Die Trennung war sowohl für die Öffentlichkeit als auch für seine Fans ein Schock, denn Thea und Thomas galten über viele Jahre hinweg als das Traumpaar schlechthin. In seinem neuen Buch mit dem Titel Herbstbund, Wer nur alt wird, aber nicht klüger, ist schön blöd spricht er nun offen und aufrichtig über die Beweggründe für das Ende seiner Ehe. Gottschalk beschreibt, dass in seinem Leben etwas passiert ist, das ihn aus der Bahn geworfen hat, und dass er mit seinem Wunsch nach einem abwechslungsreichen Herbst diesen Prozess selbst in Gang gesetzt hat. Er hat sich erneut verliebt, was nicht nur die Redakteurinnen diverser Frauenzeitschriften auf Trab gehalten hat, sondern auch ihn selbst und vor allem seine Frau.